Der Kinocast Draußen schneit's und wir nehmen Podcast auf. Hallo Chris. Ho, ho, ho. Hallo, einen schönen guten Tag. Jetzt kommen langsam die weihnachtlichen Gefühle auch hier in Stuttgart an. Denk ich mal. Ich hatte es ja schon ein bisschen, als ich auf der Leuchtenburg war. War schon sehr weihnachtlich. Chris fängt schon an mit Singen hier. Nein, ich summe. Ich summe. Singen wäre überhaupt nicht. Ja, sehr schön. Filme haben wir auch geschaut. Wir haben einen Film gesehen in der Sneak Preview. Der heißt She's Sad. Der ist auch jetzt vergangene Woche neu gestartet in den deutschen Kinos. Ob es sich lohnt, den zu sehen, ihr werdet es gleich bei uns erfahren. Dann haben wir immer noch einen Rezensionsfilm gehabt, wo wir so einen Screener-Link bekommen haben. Der heißt Fall. Ich glaube, der Zusatztitel, der auch im Englischen gebraucht wird, heißt irgendwie Fear of Heights oder irgend so ähnlich. Was sehr treffend ist. Warum das so ist, erfahrt ihr später. Der Chris hat sich das natürlich passend zur Weihnachtszeit Guardians of the Galaxy Holiday Special reingezogen. Das will ich auch noch gucken. Ich bin gespannt, was er erzählt. Ob das sich lohnt oder so. Ich habe mir einen älteren Film angeschaut, den ich schon eine Weile irgendwie bei mir, den hatte ich irgendwann mal aufgenommen. Hier auf dem Festplatten-Rekorder. Der lief irgendwann mal auf Sky oder so, schätze ich. Oder auf einem von diesen Sky-Programmen. Hier Warner TV oder wie sie alle heißen. Und den habe ich mal geschaut. Der heißt Sing Street. Und darüber werde ich berichten. Im Serienbereich haben wir jetzt nicht direkt eine Serie, die wir besprechen. Aber wir wollen mal ein bisschen über Paramount Plus reden. Der Dienst, der neu gestartet ist. Ich habe ein neues Game für mich entdeckt, was jetzt seitdem es letzte Woche erschienen ist, wo ich durch Zufall drauf gekommen bin. So ein bisschen suchte. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Okay. Habe ich schon gemerkt hier. She's sad. She's sad. Worum geht's? Im Großen und Ganzen geht es um den Harvey Weinstein-Slash-MeToo-Skandal. Und besser gesagt, um die Aufdeckung und die Recherchearbeit dahinter. Hauptrolle Carrie Mulligan, Zoe Kazan und Patricia Clarkson. Die zwei Hauptfiguren, die spielen, die Journalistinnen im realen Leben heißen, die Megan Toye und Jodie Cantor, die diese Enthüllungsstory damals gebracht haben für die New York Times. Und was ja immer so rückblickend relativ einfach klingt, wo man sagt, ja, da haben die eine Story veröffentlicht und das hat das alles ins Rollen gebracht. Und dann wurden die ganzen bösen Leute eben da bestraft. Hauptsächlich Harry Weinstein und so weiter. Und auch alle möglichen anderen, die ähnlich schlecht mit Frauen umgegangen sind und in Führungspositionen waren und so. Und rückblickend sagt sich das halt ganz leicht, aber während so eine Recherche geschrieben wird, sind halt unheimlich viele Fallstricke, die dazu umgehen sind, sind unheimlich viele, gerade wenn so einflussreiche Personen betroffen sind von solchen Enthüllungsgeschichten, da ist halt auch sehr viel Gegenwind. Gegenwind, die haben halt unheimlich viel Macht, um da irgendwas zu blockieren und so. Und das wird in diesem Film dargestellt. Also wir sehen wirklich am Anfang, wie die beiden Journalistinnen erst in einer anderen Story ermitteln, hier in die Trump-Geschichte mit Crapper in the Pussy oder irgend sowas, diese ganzen Sachen. Und der ist ja dann trotzdem gewählt worden und dann haben sie schon ganz schön Gegenwind dann bekommen. Und hatten auch so ein bisschen, war natürlich auch selber ein bisschen, ja, desillusioniert, ob ihre Funktion in der Gesellschaft als Enthüllungsjournalistinnen, weil wenn sie sowas enthüllen und da kommt dann so jemand damit durch und wird noch Präsident, dann sagen die sich halt auch, ja, was bringt das alles noch, diese Monate oder teilweise Jahre der Recherche, der Entbehrung, diese Familie von Nachlässigen bis nachts im Büro sitzen und so weiter. Und sie müssen sich dann, also am Anfang arbeiten die noch nicht zusammen, aber jede von beiden muss sich dann auch erstmal für sich selbst motivieren, um wieder, ja, quasi ein bisschen Zugriff zu bekommen auf irgendwie eine andere Geschichte, wo sie sich reinnerden können. Und das machen sie dann eben bei dieser Harvey Weinstein-Geschichte, die ihnen erstmal so ein bisschen zugetragen wird, dass irgendwie ein mächtiger Mann in Hollywood Frauen ausnutzt. Und da gibt es auch ein paar, die schon Mund aufgemacht hatten, die dann aber mundtot gemacht worden sind, die keine Stellen mehr bekommen haben, keine Schauspielerjobs mehr bekommen haben. Und davor haben natürlich viele andere dann auch Angst, weil wenn dann jemand so als, in Anführungszeichen, Nestbeschmutzerin gilt und dann keine Jobs mehr bekommt in dem Job, wo sie arbeitet eigentlich, das ist natürlich dann die Höchststrafe für so eine Schauspielerin oder die dann irgendwas öffentlich macht. Und deswegen, sie müssen die Frauen erstmal überreden, dass sie auspacken, dass sie sich öffnen. Sie müssen die Frauen, oder sie brauchen natürlich auch in ihrer Story Zugpferde, wo sie sagen, okay, hier können wir mal Ross und Reiter nennen mit Namen. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, gerade in so einem Fall will natürlich keiner gerne genannt werden. Und diese ganze Ermittlung, die auch in dem Film sich schon eine Weile zieht, ich glaube, der ging auch so zwei Stunden, aber die vergingen wie im Fluge. Also der Fabi, der bei uns mit war, der hat auch gesagt, also das ging so schnell vorbei, weil das so spannend inszeniert war auch. Und es klingt ja relativ trocken, irgendwelche jungen Frauen, Journalistinnen ermitteln da irgendwo. Aber es war schon sehr spannend und treibend auch das Ganze, vor allem, weil man ja auch weiß, wie es ausgeht. Es war es definitiv. Also es war extrem cool aufgezogen, der ganze Film war extrem gut aufgezogen, weil er so eine Grundspannung tatsächlich immer dabei hatte und auch ein sehr, sehr, sehr angenehmes Tempo hatte. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, mit Carrie Mulligan und Zoe Kazan, zwei absolute Top, 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 Top Hauptdarstellerinnen, die den Film wirklich ganz wunderbar getragen haben mit der ganzen Art und Weise und auch das alles drumherum, das Team drumherum, die Leute drumherum. Ein richtig genialer Cast. Das hat so gut gepasst. Die haben richtig gut harmoniert. Und das hast du einfach gemerkt, weil es kommt halt dann wirklich, ja, es kommt auf der Leinwand auch so an, als ob die sich auch wirklich so verstehen würden oder die wirklich da auch Interesse hatten, das so umzusetzen. Und das finde ich immer ganz gut. Das kann natürlich sein, dass du jetzt gleich kommst mit, ja, also bei den Dreharbeiten kamen dann raus hier, dass die total verstritten waren und überhaupt, was ich jetzt echt Panne fände von meiner Analyse her, aber ich muss wirklich sagen, ich fand es ganz, ganz stark geschauspielt, hat eine ganz coole Geschichte. Tatsächlich auch mit relativ viel Details und viel Feingefühl das allerdings auch angegangen. Und das zusammen gemixt in was reingepackt, was nicht langweilig wurde, was nicht cheesy wurde, was nicht zäh wurde, sondern was einfach richtig gut erzählt war. Und man weiß, ja, um die Sache, wie es ausgeht, klar, ich fand es cool. Es hat echt Spaß gemacht. Also schwieriges Thema, definitiv schwieriges Thema, aber gut inszeniert. Also komplett auch mit, manchmal mit Originalaufnahmen ja auch noch drin. Da hätte ich einen Kritikpunkt. Warum hat man das übersetzt? Also das war, man hat dann quasi in den Originalaufnahmen Harvey Weinstein synchronisiert mit einer unpassenden Stimme, wie ich finde. Und auch bei, es werden manchmal so Tonbänder abgespielt von Zeugenaussagen, von Zeuginnen. Und die hat man halt auch, hat man nicht die Originalstimme. Also da hätte ich um diesen, dass einen das noch ein bisschen mehr reinzieht in diesen quasi fast dokumentarischen Charakter des Films. Ich hätte es gern gehabt, wenn man wirklich die Originaltapes gehört hätte. Wahrscheinlich in der englischen Tonspur, in der Originaltonspur hört man das. Und hört man auch die Originalaufnahmen von Harvey Weinstein, wie er da rumflucht und sowas am Telefon und so weiter. Ich schätze mal, das waren alles Sachen, die diese verwenden durften. Oder ja, die halt quasi dadurch, dass er dort anruft bei der Presse und die das aufnehmen, dann dürfen sie es natürlich auch verwenden. Klar, da müssen sie sich nicht extra freigeben lassen. Und das hätte ich gern gehabt für die Stimmung des Films einfach, dass es auf Deutsch geblieben wäre. Äh, auf Deutsch, äh, im Original geblieben wäre. Das hätte nicht auf Deutsch sein müssen, so rum. Ja, aber das ist jetzt schon ein Stück weit, äh, ähm, Jammern auf hohem Niveau. Ja, definitiv. Also das ist wirklich... Was umso beeindruckender ist, die Regisseurin des Ganzen, Maria Schrader, ist ja eine Deutsche. Und, ähm, ich glaube, wir haben eine Oscar-Kandidatin hier mit diesem Film. Eine, eine deutsche Oscar-Kandidatin, eine deutsche Oscar-Hoffnung. Und, äh, für alle da draußen, die, die auch so ein bisschen in diesem Oscar-Game drin sind und alle möglichen Filme gerne schauen, die, die dann nominiert werden, äh, schaut euch den Film im Kino an. Ich bin mir zu 99,2% sicher, dass der Film für einen Oscar nominiert wird, in wenigstens einer Kategorie, ähm, weil der trifft eigentlich alles, was Oscar-Filme ausmacht. Das ist zum einen, äh, quasi eine echte, quasi biografische oder ein echtes Ereignis, was da stattgefunden hat, was verfilmt wurde. Das ist ja immer, so ein Biopic-mäßig, das kommt immer sehr gut an bei der Academy. Dann Thema Hollywood mit drin, also wo, ja, wo in dem Film auch Hollywood mit behandelt wird, ja. Äh, das kommt auch immer super an. Dann die Darsteller kommt super an und natürlich auch die ganze Aussage des Films, wie es gedreht worden ist. Und ich glaube, wir haben da sehr große Chancen. Ich weiß nicht, was, was noch so vielleicht kommt an Filmen, aber, ja, also Regie, mh, könnte ich mir durchaus denken. Hauptdarsteller, Nebendarsteller bestimmt auch, mh, Drehbuch, ja, vielleicht, mh, gab's schon bessere Drehbücher ein bisschen, ja. Aber ist auch ziemlich gut geschrieben, der ganze Film, ja. Deswegen unbedingt anschauen, der läuft jetzt seit vergangener Woche Donnerstag quasi seit dem, kurz im Kalender gucken, seit dem 8., seit dem 8. Dezember läuft der in den deutschen Kinos. Ich hab's schon rundherum empfohlen. Achso, ich wollte noch sagen, die deutsche Regisseurin, die ist auch Schauspielerin, die hat zum Beispiel in dieser Deutschlandserie, Deutschland 83, 86, 89 mitgespielt als Schauspielerin. Und, ähm, Vorstadtkrokodile und so weiter hat sie damals mitgespielt. Und hat auch ein paar Filme gedreht, wie zum Beispiel Ich bin dein Mensch, der auch, äh, ziemlich gut bewertet worden ist, in der Kritik ziemlich gut angekommen, mit Preisen ausgezeichnet. Und, ja, dann noch so einen Film gemacht, äh, eine Serie unorthodox, aber sonst nicht so wahnsinnig viel. Also dafür, dass sie hier so ein großes Projekt, einen US-amerikanischen Film, der wirklich in das Herz der Hollywood-Branche reingreift, ähm, so einen Stoff nimmt, äh, hat sie, äh, sitzt sie nicht ganz so fest im Sattel, sag ich jetzt mal, obwohl sie sehr gute Sachen gedreht hat. Ich hätte eigentlich erwartet, dass so ein Film eher von jemandem kommt, der oder die, weiß nicht, schon irgendwie ein erfahrener Regisseur, äh, oder Regisseurin ist, schon irgendwie jahrzehntelange, ja, aber vielleicht ist gerade gut, dass sie ein bisschen mit dem neuen Blick da drauf schaut, ja, extrem gut. Ja, definitiv. Also wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung zu, ähm, absoluten 100 Prozent, also nicht nur 99,9 Prozent, sondern 100 Prozent, weil ganz toll gemacht. Großartig. Definitiv anschauen. She's sad. Läuft seit 8.12. in den Kinos, wartet da nicht, bis es im Heimkino läuft. Schaut euch den, äh, im Kino an, wo ihr wirklich Ruhe habt, ähm, wo kein Handy gehen sollte oder so, wo man zumindest nicht drauf gucken sollte, im Kino. Also, und von mir bekommt er nämlich sogar neun Punkte, der Film. Und von dir? Da bin ich voll bei dir. Neun von zehn Punkten und, wie gesagt, uneingeschränkte Weiterempfehlung. Ich darf gerade mal einen Blick in unsere Gruppe. Ja, also, das ist ja quasi nichts unterhalb acht Punkte in unserer Gloria Sneak Facebook-Gruppe. Also acht Punkte, neun Punkte haben eigentlich die meisten. Das ist quasi so die, wie heißt das, die Glockenkurve. Also, äh, und zehn haben auch ein paar gegeben sogar. Ähm, wie gesagt, für zehn, wahrscheinlich, wenn ich in den Original gucke, dann gebe ich wahrscheinlich zehn. Weil da zieht es mich ja immer noch ein bisschen mehr rein in die ganze, die ganze Thematik. Ich sehe gerade in der Facebook-Gruppe ist hier, äh, der neue Projektor, der beim Innenstadt-Kinos angekommen ist, hier Laser. Mit einem Laser, da müsst ihr euch hier. Ja, ja, ja. Für Avatar 2. Ja. Fürs Gloria 1. Und rate mal, wo wir am Montag wieder sitzen werden. In Gloria 1. Aber ist es dann ein Projektor nur für den ganzen Saal oder schalten die Projektor ein, je nachdem, was für ein Film ist, oder? Das werde ich dir dann am Montag sagen, aber es kann gut sein, dass sie tatsächlich den jetzt, ähm, fest installiert haben. Okay, guck nicht vorne rein, das ist gefährlich bei einem Laser, ne? Ah, okay. Danke für den Tipp. Ähm, was haben wir denn für einen Tipp für morgen? Einen Tipp für die Sneak-Nummer, oh, welche Nummer ist es? 1142. 1142, genau. Ist Vitamin C. Und da ist bis jetzt ein Tipp-Eingang, ratet mal von wem. Leute, was ist los? Nicht nur beim Adventskalender mitspielen, sondern auch hier. Ähm, ich habe getippt, gleich im Saal noch, ähm, die Insel der Zitronenblüten. Das Einzige, was mir da eingefallen ist, wegen Zitrone, Vitamin C und so. Aber wahrscheinlich kann es natürlich auch was ganz anderes sein. Ähm, ja. Wie immer halt, ne? Ja, aber... Wie immer. Wäre ja mal aber nett, weil... Ich habe übrigens letzte Woche richtig getippt, sehe ich hier gerade nochmal. She said. Ähm, jawohl. Aber bei, bei dem Kirschblüten, äh, Zitronenblüten bin ich mir nicht sicher. Also da ist es wirklich... Ja, aber wäre ja zur Abwechslung mal wieder ein Zwei-Stunden-Film, deswegen. Das mit den Zitronenblüten? Ja. Ey, warum sind die Filme jetzt alle so lang? Wir müssen doch noch eine halbe Stunde eher anfangen mit der Sneak. Hilft nix. Katastrophe. Mail ans Kino raus. Ja. Okay, dann gucken wir doch mal, was so Neues anläuft im Kino und was so in den Charts ist. Vielleicht ist ja She Said sogar schon in den Charts drin. Dann, aber, hm, ich weiß nicht. Ich glaube, so ein richtiger, man, es spült mir zwar immer mal so Werbung rein hier für She Said, aber ich weiß nicht, ob das viel ins Kino zieht. So, mal gucken. Wie sieht die Seite bei mir anders aus als in den Charts? Ja, die Charts gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr? Was ist da los? Das hätte ich dir jetzt gerade noch stecken, dass es die nicht mehr gibt. Ich habe da nämlich schon draufgeklickt. Dafür habe ich die Top 5 Kino-Charts unter charts.de von Deutschland, hätte ich im Angebot. Was ist los? Das könnt ihr uns noch nicht antun. Ja, das ist Sendungsvorbereitung, ne, Erik? Anzeige ist raus. Bei mir öffnen sich alle Tabs automatisch. Ich verlasse mich einfach darauf, dass es läuft hier. Wo bist du? Kinocharts.de, oder was? Ja, also auf charts.de slash kino minus charts slash. Warte mal, ich gehe erst mal auf charts.de. Musikbuch, Videokino. Ah, hier. Ah, das startet ja gleich. Charts.de. Na gut, dann halt das. Dann gibt es halt keine kostenlose Werbung mehr für die Innenstadtkinos. Dann halt nicht. Natürlich gibt es die weiterhin. Bestes Kino in Deutschland. Geht da rein. Unbedingt. In der Stuttgart-Zeit sowieso unbedingt da reingehen. Platz 5 in Deutschland ist Rheingold immer noch. Ihr werdet nie wieder ein anderes, besseres Kino irgendwo finden. Mit Radar. Seid, wie es ist. Platz 4, The Menu. Platz 3, Strange World. Auf Platz Nummer 2, einfach mal was Schönes. Oder auf Schwäbisch, einfach mal ein Bechés. Das war aber nett. Platz 1, Black Panther, Wakanda forever. Kannst du es auch auf Schwäbisch sagen? Der schwarze Panther. Wakanda forever. Schwarze Panther. Nicht der rosa-rote Panther, nein. Okay. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Gibt es übrigens auch eine schöne Folge von Scores Next, von dem Podcast, den ich schon mal empfohlen habe, wo es um Film Scores geht. Über das Henry Mancini-Theme für rosa-roten-Panther. Kennst du den Witz? Der funktioniert auf Englisch aber nur. What does the Pink Panther say What does the Pink Panther say when he step on an end On an end? Dead end Dead end Okay Nett So, haben wir auch mal einen Witz hier untergebracht Ja, ich fange jetzt noch mehr an mit diesen Papa-Witzen, ganz schlimm Achso, ja, stimmt, Dad-Dad-Jokes hier Ja, die Dad-Jokes Dabei versteht das dein Kind noch gar nicht So richtig Der geneigte Hörer Haltet sich gerade lachend den Bauch Die Dad-Jokes machen aber eigentlich dann erst Spaß, wenn es dem Kind richtig peinlich ist Das kann ich, spreche ich aus eigener Erfahrung Dann macht es eigentlich richtig Spaß Vor allem mit der Öffentlichkeit dann, wenn man irgendwo ist und so Das ist immer sehr schön Bin ich überhaupt nicht der Typ vor, deswegen Oder auch sehr schön dann Was weiß ich In ihrem normalen Umfeld Freunde, Schüler, Mitschüler oder sowas Ja, das ist immer sehr schön Wenn man da so ein Ding bringt Naja Also Wir haben noch einen Screener-Link gesehen hier Ich nenne es mal Heimkino hier Heimkino Und zwar Wir hatten ja letzte Woche Den anderen Screener-Link Jetzt haben wir Fall Da habe ich mich ein bisschen gescheut Weil ich da den Den Trailer gesehen hatte Und Ich bin eigentlich schon Relativ Ja Schwindelfrei Würde ich mal sagen Also ich kann Ich unterbreche dich echt Brutal ungern Aber machen wir keine Kinostarts mehr? Achso Ich dachte Die gibt es auch nicht mehr Dann Mach mal erstmal die Kinostarts Wenn du das so möchtest Ja eigentlich schon Also so ist es Charts und Neustarts Aftersun Ist das auch was mit Afterdings hier? Ne, ist was anderes Berührendes Drama Eine Vater-Sohn-Beziehung Nenne ich hier After Passion Vater-Tochter Vater-Tochter-Beziehung Ich hoffe Das ist nicht aus der Reihe After Passion Das wäre sonst übel Ne, bitte nicht Richtig übel Dann startet noch Ein Triumph Eine französische Komödie Mit Kat Merat Der als mittelloser Schauspieler Die Leitung einer Gefängnis-Theater-Truppe Übernimmt Soll ziemlich gut sein Habe ich gehört So Dem Leben auf der Spur Da muss ich mal Auch mal mich auf die Spur Begeben Und mal schauen Um was es da überhaupt geht Dem Leben Auf der Spur Von Elfa Adal Steinsson Das klingt nach einem skandinavischen Film Nach dem Tod seiner Frau macht sich Frank oder Frank auf ihr den letzten Wunsch zu erfüllen Ihre Asche soll in einem abgelegenen See in ihrer Heimat Irland verstreut werden Darüber hinaus soll ihn sein Entfremdeter Sohn Sean dabei begleiten Als Sean aus dem Gefängnis kommt ist das letzte was ihm in den Sinn kommt eine Auslandsreise mit dem Vater Wieso? Wo kommen die denn her? Steht ja gar nicht Wahrscheinlich Vielleicht ist es Island oder irgend sowas Doch als seine Pläne zusammenbrechen akzeptiert er widerwillig den Vorschlag des Vaters aber nur weil er von Frank ein Ticket für die Westküste bekommt und das Versprechen dass die beiden sich danach nie wiedersehen müssen Okay Wenn du es auf Island spielt und der Junge kommt aus dem Gefängnis weißt du wie der heißt? Der Junge Prison Was? Ach Prison Okay Uiuiui war der schlecht Es wird nicht mehr besser Es wird heute nicht mehr besser Wir machen noch weiter Drei Winter ein Vielgut Movie weil Beziehungsdrama um ein Paar dessen Liebe wegen des Hirntumors des Mannes auf die Probe gestellt hat Hast du auch noch einen Joke parat? Nee Stille Post Ein deutsches Drama basierend auf wahren Begebenheiten in der kurdischen Krisenregion Cisre Nur so viel Good Movies diese Woche Savage Salvation startet ein Actionfilm Nachdem seine Verlobte in einer Überdosis stirbt sind ein Ex-Junkie auf blutige Raare an einem Drogenkartell Ein alter Kleinstadtsherriff versucht ihn aufzuhalten Crime-Thriller Star besetzt mit Robert De Niro Jack Houston und John Markovich Okay Es läuft auch noch an Frieden, Liebe und Death Metal Da geht es um den Anschlag damals in Paris am 11. nee, was war es 13. November Da geht es quasi eine Nacherzählung ein Pärchen Celine und Ramon die sind auf dem Konzert und das wird dann von Terroristen eben gestürmt und die ermorden viele Menschen und die flüchten sich in den Backstage-Bereich und dann danach nachdem sie das überlebt haben haben sie halt mit dem ganzen Trauma zu kämpfen und so Da kommen jetzt sehr viele Filme fest das ist glaube ich schon der dritte Film der sich dieses Thema da zu eigen macht krass hat auch gute Bewertung hier 4 von 5 Sternen Sibirisch für Anfänger startet auch noch ein Drama und ich habe jetzt gerade noch gelesen Sibirisch für Anfänger ist eine Tragikomödie aus dem Jahr 2021 von Stepan Burnashev und Dimitri Davidov mit Inokenti Lukowsev Sergei Balanov und Just Lustan Semionov die Tragekomödie Sibirisch-Weinfänger erzählt in sieben Geschichten von Familien Nachbarn und Freunden nicht mehr aber ihr geht auch so ins Kino was sind eigentlich Top 5 in den USA die funktionieren wenigstens hier Devotion ist da auf Platz 5 was ist denn das gleich mal gucken Devotion mit Jonathan Mayers und Glenn Powell ein Kriegsfilm zwei Kampfpiloten der US Navy riskieren im Koreakrieg ihr Leben und werden zu den berühmtesten Flügelmänner der Navy okay ja sowas wie der Stähle Nadel oder so ich werde das noch kennen okay jetzt fangen wir aber an mit Fall oder ja keine Einwände nee kein Kino also ich hab ich hab Einwände hab ich auf gar keinen Fall okay es wird noch schlimmer es waren übrigens nicht Fear of Heights wie ich gesagt hab sondern Fear reaches new heights ist ein wird hier getitelt als Thriller 107 Minuten Großbritannien USA Co-Produktion es geht um zwei junge Frauen die stehen da so im Fokus am Anfang erste Szene freiklettern irgendwo an einem an so einer ja nahezu senkrechten Bergwand wo man sich fragt ja wo geht das überhaupt wo kann man sich da festhalten und so und dann kommt der der Freund oder ich glaub sogar Verlobte von der einen ums Leben gleich in der ersten Szene ich muss es leider sagen weil das hat ein bisschen Bewandtnis also kommt aber auch im Trailer also kommt im Trailer okay na dann der Trailer verrät wahrscheinlich schon alles also der kommt ums Leben und die die Freundin Verlobte keine Ahnung ist da natürlich ganz schön wirft das aus der Bahn und will überhaupt nicht mehr klettern und hat auch danach eine ziemliche Sinnkrise nachdem sich ihr Leben jetzt nun völlig geändert hat ihre Freundin die immer so ein bisschen draufgängig ist die holst du dann irgendwann mal ab und die hat den Vorschlag dass sie mal oder sie möchte mal auf so einen ja TV Tower also so einen riesen Sendemast der also wer schon mal in den USA war wenn man ein bisschen über Land fährt stehen teilweise so riesige Sendemasten die man schon aus der Ferne blinkern sieht weil natürlich USA ist ein verdammt großes Land und da brauchst du halt um da irgendwelche Radiosignale zu ja zu übertragen ja brauchst du halt immer mal Sendemasten die das verbreiten damit da auch die hintersten Winkel versorgt sind geht halt nicht alles über Satellit beziehungsweise dieser Sendemast der steht halt schon seit seit Ewigkeiten da und ist wohl einer der der höchsten und auf diesen hohen Sendemast möchte gern die Freundin von der jetzt gucke ich mal muss ich doch mal ein paar Namen raussuchen hier hier stehen nur die ach hier Becky und Hunter genau Becky und Hunter so mehr erfahren wir auch nicht kein Nachnamen nix ist auch nicht relevant und ja die will da auf diesen hohen Sendemast klettern mit ihrer Klettererfahrung und sie ist YouTuberin Livestreamerin und so weiter sie will da ihre ihre Zuschauer da mitnehmen auf das Abenteuer und funktioniert so bis zu einer bestimmten Höhe von diesem Sendemast ist da auch noch so eine Leiter dran und ganz oder fast ganz oben ist dann wie so eine Art Plattform so eine Wartungsplattform und dann geht es hoch zur eigentlichen Antenne und ja dann die Antenne ist auch nochmal irgendwie 20 Meter hoch und ja lange Rede kurzer Sinn also die klettern dann da hoch und lässt sich natürlich erstmal ein bisschen überreden und das ist halt wirklich ganz weit draußen irgendwo mitten in der Pereda da ist irgendwie das letzte Hotel ein ganzes Stück entfernt wo sie da danach fragen hier wo kommt man da hin und so ja sie parken ihr Auto unten klettern da hoch und dann sind sie da oben auf dieser Plattform dann bricht diese also das ist ja eh schon alles verrostet dann bricht da diese Leiter ab und sie sitzen auf dieser Plattform fest und Handy haben sie keinen Empfang da oben weil wahrscheinlich also sie nehmen an Interferenzen mit den mit dem ja mit der Sendefrequenz oder es drückt es halt irgendwie weg und haben halt kein Handy empfangen können keine Hilfe rufen wobei ich mich dann frage also ich hab mich sehr viel gefragt in dem Film muss ich dazu sagen ja also allein schon allein schon in der Anfangsszene von dem Film also ich kenne Leute die gerne klettern die Bowdern gehen die auch Freiklettern machen und so weiter absoluten Respekt davor wirklich also die Leute ich würde mich das nicht trauen weil das ist mir einfach zu risikoreich dann wirklich da so aber die die sind auch geklettert und haben sich auch so ein bisschen angepickt und so die hatten schon Seile das waren jetzt nicht völlig Freikletter und das war glaube ich falscher Ausdruck also die haben sich schon so angepickt und so aber was die dann so für risikohafte Aktionen gemacht haben so nach dem Motto ja du bist da drüben und kling dich aus und spring zu mir ich fang dich auf weißt du und solche Geschichten wo ich sage das würde kein vernünftiger Kletterer machen also der würde dann quasi der Weg weitergehen muss ja nicht unbedingt mit jemand anders zusammen auf derselben Stelle oder sowas ja also zumindest wenn keine Gefahr droht und hier halt auch die sitzen so oben auf der Plattform fest das ist natürlich dann irgendwo in der im mittleren Westen wo es halt auch mal ein bisschen warm wird und so dann der Rucksack ist ihnen vorher schon mal runtergefallen der hängt unten auf so einer Art Satellitenantenne die da ein bisschen weiter unten ist und sie haben halt kein Wasser ja und was macht man so als erfahrene Freikletterer man wartet einfach auf der Plattform man hat ja Dinge die da kommen mögen ja oder auch nicht kommen hier kommen sie halt nicht ne so lange bis man völlig ausgelaugt ist bis man gar nichts mehr hinkriegt um dann quasi ja irgendwelche sinnlosen Aktionen zu machen und da waren so viele Facepalm-Szenen drin ich hab ja ein bisschen Mut zum Crash und so also aber hier es war mir einfach wirklich zu dämlich teilweise zumal im Trailer die Szenen die man da gesehen hat wo so ein bisschen die Höhe dargestellt wurde wo irgendwas fällt oder sowas das waren so ein bisschen die Money Shots wo man wahrscheinlich wirklich mal Geld ausgegeben hat für die Spezialeffekte da gibt es dann später noch Szenen da hängt dann eine irgendwie an so einem Seil und fällt dann so nach unten und so da siehst du halt wirklich dass es absolut Greenscreen ist das ist wirklich ganz schlecht du siehst im Gesicht noch die grünen Schimmer und so ja ich erinnere mich und unten die die Landschaft die sieht völlig cheesy aus wie so ein Fototapete die sie da reingemacht haben und ach nee das war dann alles so dämlich dann sind auch noch genau wo sie hochklettern gibt es dann noch so eine Stelle da ist so ein so ein Geiernest die dann auch vorher schon so ein Hund irgendwie unten weggepickt haben der da gestorben ist und und diese Geier die die kommen da natürlich irgendwann auch hoch weil sie dann A's vermuten ja weil die zwei sich so dämlich anstellen dass sie wahrscheinlich bald abnippeln und dann haben sie auch noch gegen die Geier zu kämpfen sie haben natürlich eine Drohne aber mit der Drohne machen sie natürlich erstmal nur Geigel und verbrauchen da den Strom und wenn man auf so einem Sendemast keinen Strom mehr hat Chris was könnte man da machen also wenn man nur ein Ladegerät für die Drohne hat also ein ganz normales Steckernetzteil hm was könnte man da wohl tun ich werde es dir mal verraten man man klettert ganz nach oben äh da wo das wo die Lampe drin ist schraubt die Lampe raus weil das die hat eine ganz normale Fassung weil das ist wie zu Hause so eine Fassung ja und dann tut man den Stecker rein aber die Kontakte reichen nicht bis hin das heißt man muss das verlängern was macht sie sie nimmt natürlich ihren Ehering und tut den unten rein weil dann haben die natürlich Kontakt hm ja klar also jeder der sich ein bisschen mit Elektrik auskennt und schon mal was von Kurzschließen gehört hat oder so ähm also es waren so viele dämliche Aktionen da drin und wo ich sag ey das sind erfahrene Freiklettererinnen so wird es zumindest vorgestellt ja am Anfang hängen sie da an dieser Gebirgswand warum versuchen die nicht einfach quasi wie an einer Feuerwehrstange da runter zu rutschen wenn die leider nicht da ist ja oder runter zu klettern oder irgendwas nee da harren sie da oben aus Handy geht nicht ja irgendjemand wird uns schon finden irgendjemand hat vielleicht gehört wie die wie die Leiter nach unten gefallen ist auf den Prärieboden ja nee ist klar du bist mitten im Nirgendwo die nächste Stadt siehst du als Punkt am Horizont von da oben aber das hat jemand gehört ja hm ach und dann haben sie oben noch äh so ein Fach was sie da aufmachen da ist eine Signalpistole drin und was war da noch drin da waren zwei Sachen drin ist egal stellen sich einfach zu dämlich an die ganze Zeit also mit der Signalpistole und alles ey furchtbar furchtbar also ich hab ein bisschen gelitten bei dem Film ähm manche Szenen der wirklich also das was so Money Shot mäßig richtig gut war wo dann auch die Tiefe spürbar war und die Höhe in der sie sich befinden ähm da hab ich tatsächlich ein bisschen kalte Hände bekommen ähm im Kino hätte der Film wahrscheinlich nochmal richtig äh zumindest von diesen von diesen Höhenaspekten richtig gut gewirkt auf der großen Leinwand aber die Story war einfach grunddämlich also ähm auch dieser da ist ein kleiner Twist drin wo man denkt so ach okay habt ihr euch da was einfallen lassen da bin ich ja jetzt gar nicht drauf gekommen also puh also schwierig der Film schwierig ähm es ist natürlich ne 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 Kategorie von Horror Thriller die ich so noch nicht gesehen hab nämlich also quasi Fear of Heights also Angst vor Höhen also da sind jetzt keine da kommen jetzt keine keine Killer oder irgendwas die Leute umbringen oder keine keine Psychopathen oder keine Clowns oder irgendwas sondern da geht's halt einfach darum um Höhe und das wird halt in diesem ganzen Film auch zelebriert und ja trotzdem von mir ähm vier Punkte lediglich und ich hab ich muss dazu sagen ich hab wirklich Mut zum Trash ähm das heißt ich ich konnte da noch ein bisschen schmunzeln bei manchen Szenen weil mir die so dämlich waren ähm ich glaube wenn das jemand normales im Kopf anguckt der gibt dem höchstens zwei Punkte oder drei ja also was soll ich sagen ich gebe ihm tatsächlich drei Punkte okay weil ich ihn dann doch echt ja also es ist schade also ich hatte echt so ein bisschen also ich hab halt im Vorfeld auch mal den Trailer geguckt und da stand ja auch so ja hier von den Machern von 120 Hours later und sowas ach so echt das ist ja ich glaube aber ich hab ich es nicht mehr erreicht Moment Moment du musst nochmal kurz verifizieren also ich bin der Meinung nämlich das und deswegen war ich so hm ja kann man ja mal gucken ähm ob nicht aber ähm ja also es hat mich dann doch etwas ratlos zurückgelassen sagen wir es mal so vor allem ich hab immer noch nicht ganz gerafft was da rausfliegt ob da eine Fledermaus rausfliegt warum das nicht so gesichert ist dass der dann da runter segelt ich hab es nicht gerafft und Jeffrey Dean Morgan was der da wollte hab ich auch nicht ganz aber ist völlig wurscht ja der hat ja ihren Vater gespielt der dann ja ja jetzt hier warte nein nee warte warte 47 Meters Down Entschuldigung von den Producers of 47 Meters Down Producers Down okay also die die eigentlich relativ wenig mit dem Film an sich zu tun haben sondern ja es hat natürlich wenn wir 47 Meters Down ja äh ist natürlich hier ich weiß nicht 300 Meter ab oder so ich weiß nicht wie hoch das Ding war oder 200 Meter mhm ja Jeffrey Dean Morgan zwei kurze Auftritte am Anfang und am Ende aber ja also ja Scott Mann hat ihn was ich auch nicht so ganz verstanden habe ist auch nochmal wo ich es gerade nochmal im Trailer sehe die Situation wo es wo es die eine wo die wo die Leiter wegbricht und sie es runterhaut und die wird die andere wird mitgerissen die blonde blonde wird mitgerissen und und die hält sich an einer Hand fest oben an der Hingsten also wenn da ein Mensch mit 50, 60, 70 Kilo runterhagelt im freien Fall fängst du das nicht mit einer Hand auf höchstens du heißt äh Dwayne The Rock Johnson das sind doch Freikletterer die können sich doch in einer Hand aber dann hätte der hätte wahrscheinlich auch oben einfach den die Antenne genommen und wäre dann mit der Antenne in der Hand runtergesprungen und hätte sie runtergebogen ach ach ja ja also schade schade interessante Idee auf jeden Fall aber hätte gut werden können ja weil es auch so ein bisschen damit spielt mit dieser mit dieser Höhenangst und auch so mit diesen mit dieser YouTuberei und irgendwie noch noch krasser noch noch mehr Film weißt du und so aber es war halt einfach zu dämlich also das Drehbuch ich glaube es liegt am Drehbuch ich glaube die Inszenierung an sich war ganz gut Regie und so das Drehbuch war einfach schlecht Jonathan Frank und Scott Mann ach so der hat auch Regie geführt Scott Mann hat das Drehbuch geschrieben okay also dann dann war es doch nicht so alles klar Fall Fear of nee Fear Reaches New Heights gibt es jetzt auf Disc glaube ich oder so zum Schauen warte mal ich gucke mal kurz bei Amazon oder so Fear Reaches New Heights ich glaube den gibt es jetzt ja gibt es zum Ausleihen zum Kaufen also digital zum Ausleihen zum Kaufen Blu-ray 14,99 DVD 9,99 Euro oder halt dann Ausleihen oder denke ich mal ein bisschen später dann irgendwie im Streaming falls jetzt doch jemand ein bisschen Lust bekommen hat den Film zu schauen aber ich bleibe dabei es ist echt so viel verschenkte Sachen einfach einfach schade ja eigenes Bild machen unbedingt eigenes Bild machen vielleicht kommt auch jemand jetzt und sagt was die beiden Jungs da erzählen ist ja völliger Schwachfug ähm wir lassen uns gerne eines Besseren belehren ja vor allem wenn du da so kletterst du bereitest dich ja immer auf das was wäre wenn vor weil du hast ja nur das dabei was du in deinem Rucksack hast wenn du da irgendwo hochkletterst und also die klettern da hoch da haben sie einen so dünnen so einen dünnen Bindfaden den sie da noch irgendwie haben weil ja ist ja eine Leiter dran was soll schon passieren ne also so dämlich ja okay ähm weiter im Heimkino du hast Guardians of the Galaxy das Holiday Special schon geschaut erzähl mal ja oh mein Gott Guardians of the Galaxy Holiday Special gibt es auf Disney Plus und es ist äh anders wild sag ich mal ähm es beginnt ein wenig ja strange mit so einer Zeichentricksache mit Yondu und äh alle möglichen und du denkst jetzt mal so hä bin ich da jetzt richtig ähm aber es sind auf jeden Fall das kann ich schon mal sagen die ganzen alle Guardians sind dabei mit Ausnahme von Gamora äh es geht schlicht darum dass ähm es die Weihnachtszeit ist und Mantis beschließt dass sie ähm hier ähm 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 äh dem Starlord hier ein ein schönes Weihnachtsgeschenk macht weil er hatte nie wirklich Weihnachten und das bedeutet ihm bestimmt so viel und äh dann sagt man halt okay pass auf hier für Quill machen wir das und äh da überlegt sie dann okay was könnte man ihm schenken was könnte man äh Peter Quill eigentlich alles schenken und sie macht sich dann zusammen mit Drax auf dem Weg zur Erde weil sie beschließt okay wir feiern Weihnachten und wir schenken ähm unserem Starlord schenken wir einfach einen seiner Helden wir schenken ihm Kevin Bacon und Erik lacht schon und Erik lacht vollkommen zu Recht die beiden landen dann also auf der Erde äh kommen dann erstmal in Hollywood an werden dort für so ja auch so diese Schauspieler gehalten oder halt diese diese Figuren gehalten mit denen man Fotos machen kann machen dann weil sie haben ja keine Ahnung wo sie nach Kevin Bacon eigentlich suchen sollen aber machen dann erstmal massiv Kohle mit Fotos äh gehen dann Party machen und es ist halt komplett Mantis und Drax sind ja so komplette äh komplette Gegenteile eigentlich sie so voll bedacht und mit den mentalen Fähigkeiten er halt einfach so richtig plump und und mit voller Gewalt manchmal ausgestattet und das ist halt ein absolut dynamisches Duo die beiden stehen halt wirklich komplett im Zentrum und äh äh sie wie gesagt feiern dann haben dann auch schon ein bisschen einen Sitzen und geraten dann an eine Frau weil sie ja der Meinung sind Kevin Bacon führt die Menschheit an ja wo ist Kevin Bacon und die Frau die Dame hört das und sagt ja ich kann euch sagen wo Kevin Bacon wohnt und hat natürlich die Map of the Stars in der Hand also es ist so komplett dieses Hollywood Klischee dieses Touristen Klischee komplett bedient und sie machen sich dann auch die Suche danach und stehen dann tatsächlich auch vor der Türe von Kevin Bacon klingeln bei ihm und er will einfach nur einen ruhigen Abend haben und dann am nächsten Tag zu seiner Frau fliegen und alles äh und klingeln dann und sagen ja ähm bist du Kevin Bacon ja Leute überhaupt kein Bock drauf ähm dann stehen sie weiter vor der Tür und dann überlegen sie ja wie kommen wir jetzt da rein wie machen wir das am besten und dann sagt Mantis und das ist für mich eine der mitwitzigsten Szenen überhaupt sagt Mantis so ja ja du wenn du mich über das Tor hieven oder werfen könntest dann und in dem Moment packt Drag sie und wirft sie einfach über das Tor drüber dass sie drüben landet und er hüpft dann ganz gemütlich drüber weil er ist ja ein bisschen stärker und dann versuchen sie ähm Kevin Bacon zu fangen erwischen ihn dann aber erstmal nicht sondern es gibt dann einen größeren Tumult mit Polizei und Verfolgungssack und alles und das ist einfach herrlich anzusehen aber sie können ihn dann überzeugen doch mitzukommen einfach mit der mit den Fähigkeiten von Mantis und nehmen Kevin Bacon dann mit und organisieren eine riesen Weihnachtsfeier und und alles total toll Groot ist dabei Groot als als Teenager äh wir haben Dings sind dabei wie heißt der Rocket ist dabei ist alles sind dabei und ganz groß an der Seite Cosmo the Dog also der der russische Hund den sie damals ins Weltall geschossen haben den sie ja vom Collector befreit haben der ist auch dabei es ist zum Schießen einfach ähm die Alien Band ist der Hammer wo dann Musik spielt und so es ist wirklich ganz großartig und dann kommt halt dieses große Geschenk und äh Quill steht dann davor und mir gleicht halt völlig das Gesicht äh es ist es ist so gut wie man dann auch die ganze Situation auflöst und alles es ist einfach so witzig weil man als als Kevin Bacon auch dran steht und meint also Kevin Bacon spielt halt Kevin Bacon ja und er steht dann dran und sagt äh also neben ihm steht steht Rocket und sagt hey bla 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 du bist ja ganz cool und äh Kevin Bacon sagt als sprechender Waschbär und in dem Moment hüpft Rocket auf ihn los ich geh nicht oder so es ist halt es ist so herrlich weil es so abstrus teilweise ist und es so so schön eingefangen ist einfach dieses äh komplette Welten die aufeinander prallen aber in halt die aktuelle Zeit reingerettet oder reingemacht ähm ich hab's wirklich sehr sehr gefeiert es gibt auch noch ein kleines Detail das ich jetzt noch nicht das ich jetzt hier nicht nenne das soll jeder selber rausfinden es hat mir auf jeden Fall nicht nur mir sondern der Kate auch die hat wir haben's zusammen geguckt äh sehr sehr viel Spaß gemacht also die 44 Minuten oder wie lange es dauert gehen sehr schnell rum weil es wirklich sehr sehr cool ist unbedingt reinschauen wenn man jetzt so richtig in Weihnachtsstimmung kommen will äh Guardians of the Galaxy Holiday Special auf Disney Plus und ich glaub ich hab dem Erik richtig Lust drauf gemacht ja ja ich guck das nachher gleich an das klingt super ein ich sag nur ich sag nur elf wenn ich sag jetzt nur einfach elf aufblasbare elf du wirst dann sehen was passiert okay ich bin gespannt ich bin sehr gespannt ja das gibt's auf Disney Plus ähm alle anschauen Guardians of the Galaxy Holiday Special hat ja so ein bisschen Tradition da solche Ferien Holiday Specials ja ja okay ich hab einen Film geschaut Sing Street den hatte ich vor ewigen Zeiten aufgenommen und ich hab mich ein bisschen davor gescheut weil der ist getitelt als Musicalfilm und da bin ich auch mal ein bisschen vorsichtig sag ich mal ähm ich hätte auch nicht äh hier Spirited geschaut wenn ich das vorher gewusst hätte aber ja also Sing Street wurde mir von einem Kollegen in Irland empfohlen weil es nämlich ein irischer Film ist äh irischer Film und der hatte mir das so ein bisschen beschrieben das klang interessanter aber dann hab ich immer gelesen Musicalfilm an der Schule oh alle singen und so puh will ich das sehen und dann irgendwann lief das mal ich hab's aufgenommen lange Rede kurzer Sinn und hab den jetzt mal geschaut und bin extrem angetan von dem Film worum geht's ähm ein äh erstmal so das spielt im Jahre irgendwann in 80er Jahren in Dublin und die die Familie ja die sind jetzt nicht nicht gerade besonders reich oder sowas und den Vater spielt übrigens Aidan Gillen den könnte man kennen aus Game of Thrones und so das fand ich total cool ich wusste gar nicht dass der da mitspielt ähm die anderen kannte ich alle nicht so sehr also Jack Rayner spielt noch mit der hat auch einen Preis bekommen für die beste Nebenrolle für den Film äh der Film war auch irgendwie nominiert für diverse Sachen und hat auch diverse Preise gewonnen und ja jedenfalls die Hauptrolle der der Connor gespielt von Fadiar Walsh Pilo der ist an einer Schule erstmal und muss aber dann die Schule wechseln er muss auf eine andere Schule zuerst ist er auf so einer ja die irgendwas kostet so ein privates Ding hier und das kann sich die Familie aber nicht mehr leisten und er kommt dann wirklich auf so eine Schule wo dann so die ich sag mal so die Unterschicht dann auch ist und er ist aber jetzt nicht irgendwie versnobbt oder so er macht gern Musik er hört viel Musik und ähm er findet da relativ schnell dann auch neue Freunde an der neuen Schule und die sind auch so ein bisschen so die Außenseiter der eine schreibt gerne Songs und ähm er ist halt eher so der Performer der Sänger und sie haben natürlich in diesen 80er Jahren dann auch Vorbilder also die sind natürlich die ändern sich immer mal da geht's irgendwie mit The Cure los und Duran Duran und sowas und in ihrer eigenen Band wo sie sich dann ja auch Sachen erstmal so nachspielen aber auch Sachen selber schreiben ähm da ziehen sie sich natürlich dann auch so ein bisschen an wie ihre Vorbilder das ist so unglaublich komisch und sie drehen auch Musikvideos und äh bei einem der Musikvideos da denken sie halt okay also wir brauchen auf jeden Fall irgendwie noch ein hübsches ein hübsches Mädchen da drin oder so und dann fragt er dann spricht der eine also er ist völlig schmerzfrei der fragt da einfach so wirklich so das mit das schönste Mädchen von der Schule oder sowas äh ob sie da mitmacht sie ist da begeistert äh sie modelt auch so ein bisschen und ja die beiden kommen sich dann auch so ein bisschen näher ähm da ist dann eine sehr süße Romantik zwischen denen und sie hat aber einen Freund äh und das ist so ein übelster Proll hier fährt hier mit so einem äh Golf 1 Cabrio da ist er da große 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 Macker da holt sie da immer ab und äh lange Rede kurzer Sinn ey die gab Musik die ich liebe also The Cure Deepish Mode Duran Duran die ganzen Synthpop Sachen das ist alles genau mein Ding und wenn ich das eher gewusst hätte ich hätte den Film schon viel eher geschaut ey aber ich dachte oh Musical Film ähm also und Musical Film ist wirklich falsch gesagt es ist eher ein ein Pop Musik Film würde ich es mal nennen so wie Almost Famous zum Beispiel oder so also wo halt einfach sie singen natürlich auch klar sie sind in der Band äh wir sehen auch die Auftritte und ähm an ihrer Schule haben sie auch so einen strengen Rektor der mit dem Gerät er schon ganz am Anfang ein bisschen aneinander und als er dann anfängt mit äh was weiß ich mit Lidschatten und so weil er sich so ein bisschen herrichtet wie George Michael oder sowas äh dann eckt er natürlich noch ein bisschen mehr an und auch die Songs die sie spielen die natürlich auch so ein bisschen punkig sind äh so ein bisschen fuck the establishment und so ähm da ecken sie natürlich auch sehr stark an bei diesem gerade im christlich geprägten Dublin und so ah es ist ein ein wundervoller Film toll erzählt ähm mit so vielen schönen Referenzen ich diese 80er Jahre Referenzen mir ist da so das Herz aufgegangen das konnte Stranger Things bei mir ja nicht schaffen die ja auch sehr viele die ja ganz bewusst auf diese 80er Jahre Welle geritten sind ähm das hat es hier einfach geschafft weil das irgendwie ich habe das viel mehr gefühlt da waren die Songs drin die die dann irgendwie zu einer bestimmten Zeit rauskamen die 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 Schüler oder ihn dann speziell auch bewegt haben und so ähnlich ging es mir halt auch das war halt auch so meine meine Zeit in den 80ern bestimmte Songs da kamen natürlich noch andere Sachen bei mir dazu später dann noch irgendwie NDW und alles und ja auch diese ganze Darkwave Szene an der ich ja jetzt noch immer hänge und ja einfach ein total toller Film äh Sing Street den möchte ich mal empfehlen ähm gerade jetzt auch so in der Weihnachtszeit das ist wirklich ein sehr ein sehr angenehmer sehr schöner Film da hat man eigentlich konstant so ein Lächeln auf den Lippen wenn man sich den Film anschaut wenn man ein bisschen connecten kann mit der Zeit muss man dazu sagen also wer jetzt vielleicht in den 90ern aufgewachsen ist der kann vielleicht nicht ganz so sehr da connecten ähm aber wenn man vielleicht die Bands kennt vielleicht funktioniert es dann trotzdem noch und ähm okay ich sehe ja gerade wer hier alles beteiligt war in der frühen Entwicklungsphase dieses Films hatten noch Bono von U2 in die Band äh mit dem Regisseur an Sing Street arbeiten sollen ach du meine Güte also von mir 8 Punkte auf jeden Fall ihr könnt den schauen wer streamt also bei Join wenn ihr da das Abo habt ist es mit drin und bei Art House ein Prime Video Channel gibt es da ah ja ansonsten kann man sich den bei Amazon Prime ausleihen in HD für 3,99 ja bei anderen auch Sky Store gibt es den auch oder halt einfach mal warten bis der wieder läuft da ja oder wahrscheinlich auf Disc kaufen oder so ey so ein cooler Film guckt euch ich verlinke mal den Trailer mit schaut da mal rein ja Sing Street sehr schöner Film ähm ich hab ne News News kam ja quasi heute früh grad rein da hab ich heute früh halb sieben Chris damit geweckt nämlich Triangle of Sadness hat den europäischen Filmpreis gewonnen und das ist schon beeindruckend also der Film ist sehr beeindruckend der hat mich ja völlig weggehauen dieser drei Akte über diese ja dieses gesellschaftskritische slash extrem lustige satirische beißende Satire wie gut das aufbereitet war ich kann den nur noch mal nahe legen ich geb mal einen hier vielleicht gibt's den irgendwo im Stream schon mittlerweile Triangle of Sadness hier bei wer streamt .es ne gibt's noch nicht läuft wahrscheinlich noch in einigen Kinos also dann müsst ihr noch ein Stück warten bis ihr diesen prämierten Film sehen könnt ich wird vielleicht sogar ja weiß nicht Auslands-Oscar oder so hätte der vielleicht auch Chancen also war ein wirklich guter Film okay im Serienbereich gibt's heute nicht so viele Serien aber ich hau trotzdem mal den Trenner rein dass ich weiß wo ich die Kapitelmarke setze Serien Paramount Plus ist vor vor gestern vor ja vor vor gestern gestartet es war ein holpriger Start um's vorsichtig zu sagen also besser gesagt ist in Deutschland gestartet und auch in Frankreich also ich guck ja wenn ich hier Fußball guck guck ich auch sehr gern französisches Fernsehen weil mir die Moderation besser gefällt und so und da kam's auch in der Werbung das jetzt da Paramount Plus auch mit den ganzen mit den ganzen Filmen und Serien und so ja am am 8.12. soll das eigentlich starten oder ist es gestartet der Online-Dienst da hatte ich mich erstmal registriert dafür und dann hieß es ja bis die App bei Sky kommt auf dem Sky Q Receiver dauert's noch ein Stückchen okay dann hab ich erstmal online ein bisschen was geguckt was ich da gucken wollte da gab's ja hier so die Möglichkeit und dann wollte ich's wollte ich's halt rübernehmen auf Sky und da ging gar nix oder hat bei dir alles funktioniert äh tatsächlich hab ich's erst heute Morgen oder heute Vormittag eingerichtet aber ich hab mir einfach dann von Sky den Code geben lassen und hab ein Account bei Paramount Plus erstellt und hab dann über die Paramount Plus App jetzt alles gemacht und das scheint ganz stabil zu laufen ja mittlerweile mittlerweile geht's also als ich's probiert hab als die App rauskam dachte ich oh geil jetzt kann ich endlich oben auf dem großen UHD Fernseher mal Star Trek weitergucken ja nix war's da gab's irgend so ein Link du musstest da so ein QR-Code abfotografieren der führte zu so einem Link bei Sky und da kam so nee das geht grad nicht übrigens also wartet mal nee nee warte stopp da stand so sinngemäß da bitte warten sie einen Moment oder sowas wie manchmal bei einem bei einer Warteschlange wenn du irgendwo was weiß ich beim Ticketkauf irgendwo wenn da grad viele sind weißt du da dachte ich okay dann warte ich halt mal ja es tat sich nur stundenlang nichts also ich hab dann auch die URL hier auf dem Rechner damit ich nicht mein Handy die ganze Zeit anlassen muss ja tat sich nix und irgendwann ja ein Tag später oder so ging's dann hab ich's dann probiert und was mich erstaunt hat ich weiß nicht ob du schon mal die Gelegenheit hattest mal durchzuscrollen was mich erstaunt hat wie viel Content von Paramount kommt das war mir also natürlich Star Trek klar und alles was es da gibt aber und ein was verbinde ich tatsächlich auch noch mit Paramount das ist wenn ich das alte Logo sehe von Paramount bin ich immer noch bei Freitag des 13 das wusste ich und natürlich aus der Werbung wusste ich dass sie den Top Gun Film haben den neuen Maverick aber wo ich da so durch was alles Paramount IP ist war mir gar nicht bewusst ist echt viel ist wirklich krass viel das ist krass eigentlich krass hab ich auch gedacht das ist so einiges also puh einiges drin ob man das alles auch wirklich sehen möchte nochmal ein zweites Mal drittes viertes Mal dahingestellt aber ist schon ich sag's mal so Schwabe mich kostet's nix extra weil ich ja Skyhand das wäge aber kann es sein dass es auch mit Apple TV Plus irgendwie verknüpft ist Apple TV Plus weiß ich nicht weil wenn ich wenn ich auf Partner Login rein oder wenn ich auf Partner kam wurde mir Apple TV angeboten also könnte auch sein dass es auch mit Apple TV verknüpft ist irgendwie ja aber dann wird es bestimmt extra kosten dann kriegst du halt deine 7,99 Euro wird dann über Apple abgezogen vielleicht also dadurch dass man Sky wäre Quatsch wenn wir das nicht nutzen also 7,99 Euro kostet der Dienst im Monat und also wer sich vielleicht überlegt so ja lohnt sich das für das bisschen Star Trek und so ey die haben wirklich wirklich viel also schaut vielleicht vielleicht gibt es irgendwo eine Seite eine Listing oder sowas was alles drin ist es ist wahnsinnig viel es ist für Erwachsene dabei es ist für Kinder sehr viel dabei so gefühlt die beliebtesten Kinderserien Nick Junior hier Paw Patrol und sowas das ist ja momentan der Abräumer immer noch und gut Miraculous gibt es bei Disney Plus da braucht er das dafür ja also Wahnsinn Paramount Plus ich konnte jetzt noch ich habe ein bisschen was getestet so angetestet die Bildqualität ist auch top aber das ist heutzutage ja Standard ja der Witz an der Sache ist ich habe es für Kate eingerichtet und sie stand direkt da da gibt es Scream genau Scream genau Scream gibt es da auch ja stimmt also ich war echt überrascht was alles IP von Paramount ist das hat mich wirklich umgehauen das hätte ich nicht gedacht also mal ich glaube ja von mir dass ich mich ein bisschen auskenne mit Film und Kino und so aber man achtet halt doch nicht so genau drauf was jetzt da zu wem gehört zumal ja gut jetzt Disney ist ja natürlich ein eigener quasi Film na nicht Anbieter eigenes Filmstudio so ja eigenes Filmstudio was produziert aber Netflix und Sky oder sowas die sind ja nur Zweitverwerter die kaufen das bei anderen ein und bringen das bei sich drauf und deswegen ja Apple gut die haben ein paar Sachen selber produziert aber nicht so viel ja aber hier dachte ich ja Paramount Plus was will jetzt da so ein kleiner ähm aber Wahnsinn aber gut ich hoffe mal nicht dass jetzt alle kommen hier 20th Century und wie sie alle heißen dass die jetzt alle ihre eigenen ne 20th Century gehört zu Disney achso die gehören zu Disney na was gibt es denn noch also Warner vielleicht oder so ja 20th Century gehört Disney das kriegst du mit Disney Plus kriegst du das automatisch dass jetzt da Warner oder wie sie alle heißen dass da jetzt jeder kommt hier wen gibt es in Deutschland hier Bavaria Filmstudios wir machen jetzt ja wer kennt sie mich ja ich hoffe mal nicht dass man da tausende Abos braucht oder so vielleicht dass es da irgendwie ein Gesammeltes gibt wo man wir sind ja nicht beim Fußball hier genau das ist schon nervig hier wo man seinen Verein spielen sehen lassen will wir sind schon froh dass unser Verein nicht Champions League oder Europa League spielt sonst bräuchten wir noch ein Abo hier wirklich die Frage willst du deinen Verein wirklich spielen sehen unter Bruno das haben wir da hingestellt wer weiß ähm okay anderes Thema falsches Thema das war's zu Streaming Services und ich hab noch eine Game Empfehlung da muss ich mich jetzt ein bisschen kürzer fassen wir sind schon sehr lang Games that's what she said ähm ich weiß bis heute noch nicht wie man es ausspricht das Spiel ähm es heißt Ixion oder es schreibt sich I-X-I-O-N also Ixion oder Ixion oder keine Ahnung ich weiß nicht wie man es ausspricht es heißt einfach Ixion ich spreche jetzt mal Ixion aus der Einfachheit halber äh ist ein Game für den PC kam jetzt letzte Woche raus auf Steam ich wusste gar nicht dass es letzte Woche rauskam ähm ich hab's einfach äh du kriegst da wahrscheinlich auch immer mal so Newsletter für äh von diesen Key-Händlern hier MMOGA und wie sie alle heißen und und GOG und diese ganzen Dinge und da war da mal ein Bild drin von 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 diesem Spiel Ixion da stand irgendwas da mit Aufbaustrategie und äh im Weltraum und da hatte irgendeiner so einen Kommentar so eine Rezension geschrieben dass das so ein bisschen ist wie wenn bei Civilization quasi das Raumschiff abhebt bei dem alten Civilization ne wenn das Raumschiff zu anderen Sternen fliegt dass man dann mit diesem Raumschiff unterwegs ist und so und da bauen kann und so das ist ja mein Ding so ein bisschen vor mich hin bauen und ähm und ich hab mir das dann einfach mal ich hab geguckt ob es eine Demo gibt gab's keine ähm jetzt gibt's glaube ich eine hier steht gerade Steam Demo spielen okay ähm ich hab's einfach so gekauft weil das gab's bei diesen Key-Händlern da gerade für 25 Euro und was ein fairer Preis ist für ein neues Vollpreisspiel glaube ich ich weiß nicht ob es Vollpreis ist und es fängt damit an erstmal wird eine sehr tolle Sci-Fi Geschichte erzählt von ja dem dem Start des Raumschiffes und ja bis das Raumschiff das ist so eine große Station so eine ringförmige Station und man ist dann in einem Sektor erstmal und in diesem einen Sektor liegt jede Menge Zeug rum das kann man erstmal in so Lagerräume verbringen und erst wenn das in den Lagerräumen ist dann kann man es auch verwenden um damit irgendwas zu bauen und letzten Endes am Anfang kann man noch ganz wenig bauen wie es halt immer so bei so Bausimulationen ist aber man kann halt auch Sachen erforschen kann man eine kleine Forschungsstation bauen und die kann dann Wissenschaftspunkte und die kann man wiederum nutzen um irgendwie den Technologiebaum zu erforschen und was soll ich sagen ich war voll drin also ich hab die die ersten paar Minuten gespielt dieses Sci-Fi-Story dieser Soundtrack der mich erinnert an Blade Runner der so diese Kühle des Weltraums dieses dieses technische dieses Sci-Fi-mäßige drin hat ja man fängt dann an zu bauen es wird immer größer es sind auch ein paar Leute auf der Station für die muss man Unterkünfte bauen man kann dann so eine Schleuse bauen dass man Raumschiffe bauen kann die dann wiederum das System entdecken Quests lösen zu Planeten fliegen mit Sachen zurückkommen die man wiederum verwerten kann es macht so einen Spaß es ist zwar sehr fordernd es hat halt es ist halt kein rundenbasierendes Game sondern so ein bisschen Echtzeitstrategie aber die geht jetzt nicht so schnell voran wie jetzt bei Anno oder bei vergleichbaren Spielen oder bei ich weiß nicht Command & Conquer oder sowas wo ständig irgendwo jemand angreift und irgendwas sondern man kann hier so ein bisschen vor sich hin dütteln und dann irgendwann kommt da mal ein Event und dann guckt man da mal und in der Zwischenzeit man kann auch pausieren gibt eine Pausentaste da kann man erstmal in Ruhe sich sammeln und dann überlegen wie man weitermacht und ja ich bin noch nicht sehr weit aber bis hierhin macht es mir schon wahnsinnig viel Spaß ich habe es jetzt schon ich habe es einmal kurz getestet gehabt und alles ordentlich eingestellt die Auflösung und so weiter und die die ganzen Menüs und so weiter und die die Tastenkombination und dann habe ich es eigentlich nur im Stream bis jetzt gespielt in zwei Sessions die eine kann man auch auf YouTube schon gucken die andere werde ich nachher hochladen die habe ich heute früh gespielt und wer so ein bisschen Aufbaustrategie mag guckt hier mal rein der Fabi dem ich das auch empfohlen hatte bei uns in der Games Gruppe hier der hatte das noch irgendwie mit Frostpunk irgendwas gab es dann Spiel was er gesuchtet hat vor ein paar Jahren und er meinte wohl das ist wohl der legitime Nachfolger davon und deswegen will er sich das auch unbedingt angucken also ich kannte jetzt Frostpunk nicht kennst du das sagt dir das was oder ja Frostpunk kenne ich klar okay nicht gespielt aber halt über Fabi halt auf jeden Fall das mögliche erfahren also deswegen ja gut dann vielleicht die Empfehlung von mir die ungeprüfte Empfehlung also wer Frostpunk mochte kann hier mal reingucken ja ansonsten ich ja also wer Aufbaustrategie mag wenn man es direkt bei Steam kauft hier ich sehe es gerade kostet 31,49 gerade ist 10% billiger wenn man über einen der ganzen Keyhändler wo es ein bisschen günstiger ist wo man es auch original bekommt ich habe es bei MMORG A gekauft da war es halt wie gesagt 25 Euro und ja ich suchte das gerade total es macht so einen Spaß das zu bauen diese Raumstation und kann die dann noch aus ich habe übrigens nebenher mir drei vier fünf Videos angeschaut es wird Axion ausgesprochen die sprechen alle von Axion Axion wahrscheinlich sind es Engländer klar Axion Axion Action Action vielleicht heißt es Action wer weiß ist es was für dich eigentlich oder eher nicht es sieht auf jeden Fall interessant aus ja es ist mal was anderes auch aber mein Problem ist halt ich habe aktuell bin ich immer noch bei Ghostsong gefangen was was ich immer noch richtig gut finde und dann steht halt der Taghof Vibe vor der Türe das heißt ich habe noch fünf weiß man noch nicht achso ich entweder vor oder nach Weihnachten auf jeden Fall dieses Kalenderjahr also in den nächsten immer an den nächsten fünf bis zehn Tagen und da ich nur noch bis Freitag arbeiten muss dieses Kalenderjahr könnte das ganz gut passen weil mit Baby nebendran funktioniert das tatsächlich gut weil Baby schläft ich kann nebenher zocken das habe ich schon getestet das geht deswegen ich habe noch ich habe noch nächste Woche und den Montag muss ich arbeiten ja siehst du ich habe den Montag schon frei ab dem 20. habe ich frei ja genau ich habe eigentlich hatte ich komplett frei gehabt dann aber ich habe den einen Tag habe ich genommen wo hier dieser Brückentag war ich muss herherschieben ja Käpt'n Körker hat übrigens immer Brückentag ich brauche hier mal das funktioniert ja nicht dafür vielleicht eher sowas aber eher so ein oder sowas eher oder so ein Fassnachtstusch hier weißt du ja also von mir Ixion ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen und wenn ihr da vielleicht ja unbedingt ich war vorher dabei habe es gesehen das kann man sich auf jeden Fall anschauen das ist ein Stream in sehr sehr guter Qualität muss man auch sagen Erik gibt sich da sehr viel Mühe deswegen unbedingt mal reinschauen sehr schön genau ich wollte aber deswegen eher die Leute motivieren wer sich da vielleicht schon ein bisschen mehr auskennt mit dem Spiel wer vielleicht das vorhergehende gespielt hat dieses Frostpunk ich bin für Tipps echt aufgeschlossen also bloß keine Spoiler nicht jetzt jemand sagt ja okay die nächste Quest musst du das machen sondern rein Tipps da geht es ja viel um Management um Micromanagement wie manage ich die Station ja was was baue ich für Sachen ja ich habe in meinem ersten Versuch den ich hatte wo ich mal ein bisschen rumgeklickt habe so einfach ein bisschen völlig falsch habe ich einfach alles gebaut was ich bauen konnte und dann hatte ich nicht genug Energie und dann habe ich Energie gebaut dafür konnte hatte ich keinen und so weiter also wer mir da ein bisschen Tipps geben kann einfach mal reinschalten bei mir Twitch-Kanal ist ja irgendwo mit verlinkt und ja oder vielleicht auch unter die YouTube-Kommentare gerne was schreiben äh unter die YouTube-Videos gerne Kommentare schreiben so alright dann sind wir schon soweit durch jetzt brauche ich trotzdem noch mal hier irgendwie einen kurzen Trenner Alarm ähm zu dem allgemeinen Bereich äh kurzer Hinweis der Adventskalender läuft und läuft und läuft ich habe jetzt gerade die erste ich habe jetzt am Freitag oder so einen riesen Box abgegeben mit Gewinnen hier die ich abgeschickt habe das müsste jetzt dann bald ankommen bei den geschätzten Mitspielern und Mitspielerinnen und ja macht da mit Adventskalender auf kinocast.net einfach gehen ich habe es oben angepinnt man sieht das da als erstes und vielleicht eine kleine Bitte an ich habe jetzt schon gesehen in diversen Gewinnspielforen äh werden die richtigen Lösungen gepostet ähm habe ich gemerkt weil an einem Tag irgendwie paar hundert Lösungen eingegangen sind die alle denselben Schreibfehler hatten und die alle äh und äh ein Tag kam kam auch einfach wirklich hundertfach eine falsche Lösung rein wo ich gedacht hä also wer sich das Bild mal mit klarem Menschenverstand angeguckt hat weiß dass das nicht stimmen kann ähm ja also äh lasst es einfach guckt halt selber auf kinocast.net und es wäre auch schön wenn quasi unsere unsere Hörerinnen und Hörer wenn die hier ein bisschen was gewinnen können oder nicht irgendwelche die einfach nur irgendwie einen Gewinn absahnen wollen und ich habe gesehen an diesen ja ich habe es gesehen in diesen Gewinnspielforen da sind dann teilweise so dass dann die Leute die die Preise die sie gewonnen haben da gibt es dann so Tauschbörsen ach alles ganz furchtbar ne ja da vergeht mir fast ein bisschen die Lust so einen Adventskalender zu machen jedes Jahr wenn es dann solche Aktionen gibt aber na gut trotzdem mitmachen und jetzt gibt es noch ein bisschen weihnachtliche Musik auf die Ohren ne nicht ganz weihnachtlich aber auf jeden Fall Musik mit den Kinocast Songs Playlist auf Spotify was gibt es denn von dir von mir gibt es einen Song den habe ich schon überlegt ob ich den dieses Jahr schon drauf gesetzt habe oder nicht aber ich habe gecheckt eigentlich war er nicht drauf von Provinz Featuring da fehlt ein A Featuring Danger Dang unsere Bank unsere Bank Featuring finde ich finde ich einen sehr sehr coolen Song 2 Minuten 50 ja einfach vom Text her ist der sehr cool ist so eben auf der Kinocast Songs Playlist gelandet ein bisschen nachdenklich auch ja ich nehme an es geht da nicht um eine Bank im Park doch doch okay also ich dachte es ist eher ein kritisches was sich mit dem Bankwesen auseinandersetzt aber dann ist doch ja das auch ich werde mal reinhören ich packe was drauf ja aus gewissen Anlass von Vegedream Ramene La Coupe à la Maison und wer jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft schaut wer es nicht boykottiert oder so wird den Song vielleicht das ein oder andere Mal gehört haben deswegen packe ich das mal drauf also es ist entweder schauen oder boykottieren habe ich es richtig verstanden weil ich ich boykottiere es nicht mich juckt es einfach nur überhaupt gar nicht juckt es nicht ja jetzt ist Deutschland raus jetzt juckt es sich nicht mehr das hat mich auch mit Deutschland drin noch überhaupt nicht gejuckt also das ist ich finde ja ich habe keinerlei Bezug zur Nationalmannschaft mehr völlig zur deutschen Nationalmannschaft ja ja auch zur französischen nicht ja auch nicht zur englischen oder so zur brasilianischen zu keiner mir ist das einfach ja wenn ich dann noch sehe dass man hier wie Argentinien also ich lese halt die Sachen auf Kicker weil da kommt man drauf aber wenn ich dann sehe wie die jubeln vor den Niederländern die da weinend am Boden liegen und das ist nicht nur ums für haha ihr habt das vorher auch gemacht es ist einfach so Panne und auch dann ein heulender Cristiano Ronaldo ist da so Panne ja Leute rafft euch mal was halt echt schön ist ist das Märchen von Marokko dass die jetzt Halbfinale sind ich habe mich da sehr gefreut ich habe ein bisschen mit denen mitgefiebert ich fand es schade dass Japan raus war die haben sich auch immer so die haben so geil gespielt die haben auch die Deutschen da bin ich gar nicht mal so böse drum wenn ich ehrlich bin was ich bin nicht so böse drum dass Japan raus ist achso ja gut du guckst ja nicht aber ja aber nee ich bin da wirklich nicht so böse drum weil zwei Top-Spieler von uns ja ja eben deswegen und wenn der sich jetzt noch weiter hätte ins Schaufenster stellen können ja der hat sich gut ins Schaufenster gestellt da ja deswegen ja brauche ich nicht will ich ja gut aber ich finde es halt immer schön wenn irgendjemand den man kennt auch jetzt Borna Sosa der mit Kroatien immer noch drin ist und so ähm ich finde das schon schön und es macht macht Spaß ich gucke das ganz gerne ja ja Frankreich ist natürlich auch noch dabei das ist natürlich auch meine Euphorie ja tut das da keiner Abbruch ich meine selbst wenn sie gestern ausgeschieden wären gegen England hätte ich gesagt ah war ein tolles Turnier also gegen England aber mein Gott England England hat Elfmeterschießen oder Elfmeter ja der Harry Kane hat Leben ähm kann halt passieren ich würde jetzt nicht auf dem Harry Kane so rumreiten wie es jetzt da abgerendet wird bei von manchen aber ja jetzt natürlich das nächste Spiel da blicke ich echt mit Sorge also Frankreich gegen Marokko weil egal wer da gewinnt da wird Paris einfach brennen ja weil das ist einfach das kann nicht gut ausgehen da ist das ist so ein Schmelztiegel da in den Barne-Lieus und so weiter da sind so viele Marokkaner und so viele Franzosen da ach je oh je also egal in welche Richtung es geht wenn Marokko gewinnt dann man hat es ja gesehen wie die in Belgien da teilweise Abriss gemacht haben ähm das ist ja in Frankreich auch nicht ohne und wenn sie verlieren wird es auch nicht besser und die französischen Fans sind auch nicht viel besser da in Frankreich manche und es wird sehr schwierig da hoffe ich mal dass alles ruhig bleibt am Mittwoch dann hei jei naja und ich hoffe mal dass Kroatien jetzt Argentinien raushaut dass Kroatien Argentinien raushaut damit hoffentlich das Endspiel dann auch wieder wie bei der WM 2018 Kroatien gegen gegen ähm Frankreich wird das wäre ganz cool aber naja mal schauen okay ähm ihr könnt es mal in den Kommentaren da irgendwie da lassen schaut ihr das schaut ihr es nicht oder ja wie auch immer bin gespannt okay dann war es das für heute dann vielen Dank Chris fürs Mitmachen wir sehen uns dann morgen im Kino mal schauen was uns da so erwartet und Vitamin C Vitamin C auf jeden Fall kann man ja brauchen bei dem Wetter also geht ins Kino eben in die Innenstadt Kinos die leider keine Charts mehr veröffentlichen sehr traurig muss ich nochmal erwähnen wäre ich auch morgen nochmal wäre jedem Kino Mitarbeiter aufs Brot spiel den ich morgens sehe ja aber die können was dafür das ist genau das ist mir egal die werden das war auch so wenn ich noch wo ich damals noch im Laden irgendwo gearbeitet habe die haben die haben auch ihren Frust bei mir abgeladen und ich habe es dann nach oben weitergegeben da ja und hat dich gestört also hast du was daraus gelernt und machst es nicht so finde ich schön genau ich mache es trotzdem ich mache es trotzdem ich schreibe Brief da kommt der Allmann durch ich schreibe einen Beschwerdebrief ja genau ein Fax ja nee alles klar macht's gut tschüss auf Wiederhören der Kinocast mit io